Ich bin Jonathan Larson. Hey, Wunderkind. Ich habe die letzten acht Jahre meines Lebens damit verbracht, es zu schreiben. Es schafft es raus. Du wirst reich und berühmt. Und umzuschreiben. Hattest du einen Durchbruch? Oh, ich bin so nah dran. Und umzuschreiben. Darf ich ihn hören? Schon in ganz nahe Zukunft. Acht Jahre. Und die Zeit verringt weiter. Tick, tick. Du musst dich fragen, ist ein Antrieb in dieser Situation Angst oder Liebe? Angst. Selbstverständlich Angst. Ich verstehe nicht, was das für ein Stück ist. Why do we play with fire? Was, wenn sich nach der Vorführung gar nichts verändert? Was dann, Jonathan? Oder vielleicht verschwende ich auch meine Zeit. Weißt du, wie viele Jonathan Larsons es gibt? Eine. Why should we play the trail? Mir läuft die Zeit davon. Ich war letztes Jahr auf Beerdigungen von drei Freunden. Und niemand macht genug. Ich mache nicht genug. Versuche über etwas zu schreiben, das du kennst. Es wäre eine Tragödie, dein Talent wegzuwerfen. Es wäre eine Tragödie, dein Talent wegzuwerfen. Egal was passiert. Mach immer weiter. Actions, be louder then